eine lange Zeit um die Galaxi... Oh, warte, ich habe keinen zu tun. Ah, nicht mehr. Oh, der Reward. Okay, Terminator. Okay, Moin Meister! Ich habe keine Musik da drin. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Es hat keine Musik... Ah, Mann. Soll ich dagegen... Ah, jetzt ist die Musik am Starten. Okay, zuerst... Moin Meister! Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Willkommen zurück zu... Ich spiele... Die Kindheit spiel... Okay, und... Willkommen zurück zum Angry Birds... Star Wars... Angry Birds... Das ist mein Kindheitsspiel. Wenn ich klein bin... Ich habe so... Freude... Dieses Game ist so... Spass. Also... Ich habe dieses Game gespielt... In... I... von euch... Von meiner Mutter... Oder mein Vater... Irgendwann... Wenn ich klein bin... Es ist wirklich Spass... Es ist Star Wars... Aber... Die sind... Char... Charakter... Als Charakter... Aus Angry Birds... Ausgewählt... Also... Kannst du... Bitte etwas ruhig... Okay... Weisst du... Okay... Jetzt ist besser... Haha... Jetzt ist besser... Jetzt ist riesig geworden... Und... Jetzt können wir nicht... Mehr stören... Das ist besser... Gute Idee... Christiana... Wieso... Und jetzt... Wir spielen... Angry Birds... Star Wars... Deshalb... Ich wollte nachher... Dieses Kind... Ähm... Game... Wieder zurückspielen... Deshalb... Ich war dieses Kind... Und ich war das gespielt... Junge... Oh mein Gott... Ich werde nachher traurig... Wenn ich das spiele... Junge... Die Angry Birds Series ist fast gelöscht... Bis auch... Der Bad Big ist nicht gelöscht... Der Angry Birds 2 ist nicht gelöscht... Und... Ich weiss nicht... Es gibt auch andere... Die sind nicht gelöscht... Aber... Die hier... Ich gehe auf Computer spielen... Das funktioniert gut... Also... Mein Computer funktioniert gut... Die Game Mechanik ist gut... Und... Der Computer ist ein bisschen einfacher zu spielen... Deshalb... Ich brauche nicht... Ähm... Hände spielen... Nein... Hände ist nach... Hände ist nach... Einfacher... Deshalb... Ich brauche nicht... Ähm... Ähm... So viel... Ähm... Bewege mit der Maus... Und... Ich bin nicht schlecht genug... Ich habe... Ein zweites Finger dabei... Und... Ich kann... Einfach... Einfach... Star Wars... Skywalker gesehen... Und ich habe... Schon lange... Nur das gesehen... Ich vermisse... Death Star... Oh... God City... Moon Endlet... Death Star 2... Und... Boba Fett... Das... Das... Wirklich Spaß... Das ist... Cool... Game... Boom... 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 Oh... Mein Gott... Das ist... Oh... Okay... Also... Hallo... Kann ich nicht bewegen... Also... Okay... 1... 2... 3... 4... 6... 7... 8... 9... 10... Und dann mache ich... Die nächste Part... Okay... Let's go... Und wir schauen... Okay... Es wird... Ehm... 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 Oh mein Gott... Der... Tarte Butter... Also... Okay... Alles klar... Ähm... Die Vogel... Die... Beschützen unsere Ei... Deshalb... Die Ei ist... Unsere... Deshalb... Die Angry Birds... Klassisch... Die... Die Peppa Peaks... Die grünen Peppa Peaks... Die kreuen immer die Eier... Deshalb... Die König ist... Immer Hunger... Der wolle nicht... Anders... Er will nur Ei... Ei ist sehr lecker... Schmager... Also... Also... Ich glaube... Die deutschen Look... Oder? Ro... 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 Ah, es ist der gelbe Roboter! Wie hast du das schon wieder? Scheisse, Junge, ich erinnere nicht den Namen. Aber die schon, aber R2P... Okay, es hat keine Nutzung, aber wirst du anfangen, dass du willst. Okay, Kackli. Oh mein Gott! Aber dein Game ist so gelöst, Junge. Ich kann auch den Handy spielen. Also, was wir sagen, ist das machen. Okay. Wie geht's? Wie geht's bei Papier? Also, der Herr Mumie. Es ist verkleidet mit einem Toilettenpapier. Okay, Kressi. Okay, ich zeig dir ein true power von der Angry Bird. Los! Okay. Okay, das hat's nicht gemacht. Und dann, wir schießen schon wieder. Okay, hat's gemacht. Ah doch, es hat... Okay, komm mal. Junge, die... Junge, ich liebe die Hintergründe, wenn die, ähm... Schau mal, die Peppa Pig-Platz da. Wie hast du wieder den Platz? Ich hab's vergessen. Alles vergessen, diese Style. Ich hab's dieses Ding gesehen. In einem Jahr. Ich bin auf Portugal-Kino gesehen. Also... Ich hab's... Drei Sternen. Wieso kommen wir als Drei Sternen? Okay. Okay, was soll ich? Ich muss dir die Technik zerstören. Okay. Ah, ich hab's einen Hit gemacht. Okay, gut. Bye. Ich muss etwa doch aufhaufen. Ich weiß nicht wieso. Was ist das? Da... Da steht oben. Oh mein Gott. Was ist das? Ich hab's nicht gesehen. Okay, Tristan. Ich hab's nicht gesehen. Ah, jetzt ist ergerstanden. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Ähm... Hoge... Rekord. Aber... Was ist das? Wie probiert das? Ich muss Drei-Tippen. Okay. Ähm... Warte, bitte. Okay, fuck. Okay, da gehe ich nicht zurück. Oh, doch... Aber... Ich hab... Den Power benutzt. Aber... Ich hab's nicht gewusst. Das... Wird mir... Das helfen. Aber das ist gut. So. Ich brauche äh... Mischstimme... Präparieren. Was ist das? Ich hab's den Power benutzt. Na klar. Spipapix, Junge. Schau mal. Die chillen. Die Herr-Mumien da. Frassig. Wie schreien die? Mein Gott. Wenn ich tippe. Die schreien. Nein, die... Die... Die schreien einfach... Automatisch... Also... Ich muss... Der Holz drauf, oder? Okay. Bitte. Ich hoffe es... Es ging es gut. Ah, Junge! Ein lebt, Junge! Scheiss der Peppa Pig, Junge! Er liegt da... Da oben! Wie... Wie ist er... Nicht rausgefallen? Ah, Piss dich! Einfach zu sterben! Er ist einfach zu sterben! Okay. Schau mal, wie er Geräusche macht! Aber ich weiß nicht... Wie kann er das Geräusche machen? Aber das wäre meine Ideenstimme-Actor. Kann ich drei Sterne? Nein. Ich vermisse dieses Game, Junge. All die Zeit. All die Zeit. Okay. Oh, Scheisse! Wtf? Er ist auf Limbo gegangen! Sorry! Sorry, Luke! Lebst du noch? Nein! Oh, nein! Er lebt noch! Oh, Scheisse! Ich habe es verkackt! Nein, nein, nein! We'll try this! Das tut es! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir treffen... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du Schweizwüsche, du Pilotenhund! Die Nerven, die Herr Mumien da! Aus... Aus der Toilette Papier. Das ist normal, okay. Bitte treff... Ein... Schnitt! Ja, 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 ja! Na klar! Es ist das gleiche Ding als bevor! Frassion! Okay! Das einmal treffen? Ja! Bitte treff das! Nein! Nein! Can we try this schon wieder? Some help you need? Nein, danke! Ich mache es dir selber! Ich bin der Profi-Gamer, wenn ich nicht bin! Wie kann ich so... One-Hit machen? Nein! Egal! Ich will nicht... Alle Dichter stehen! Ich muss nachher... Tinti treffen, oder? Das ist so... Okay! Soll ich... Soll ich so machen? Oh, das funktioniert! Nein! Es funktioniert nicht! Okay! 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 Der Luke ist... Sie sind... Sie sind... Barschig wie Red, aber er hat... keine... keine... Power... Also... Also... Rassialter, Junge! Pepp-Pepp-Pepp-Pepp-Pepp-Picks... aus... Toilette-Papier, Junge! Juna, die sind nervig. Okay, soll ich Power-Ups benutzen? Hier, da. Okay. Ah, das... Das übrigens macht Rage noch stärker. Okay, macht Sinn. Das macht Sinn. Okay. Jetzt wird es besser. Nein, nein, nein. Es wird nicht besser. Nein, ich habe es schiessig gemacht. Kann ich so machen? Und noch stärker. Aber die... Luke sind tot. Hab ja alle. Benutzt die an ihr recht. Ist das alles... Keine Ahnung, die Peppa Pig sind tot. Also, die ist da... Okay, es hat einen Kätzchen. Ist das ein Kätzchen? Wie der Peppa Pig aus den Mumien mit dem Toilettenpapier. Die töten mit dem Kabel. Wie ist der Kabel aus der Waffe, Junge? Was wollen die an einem Pool kochen? Was ist der da? Ist das... Heisst der... Obivan, oder? Er heisst das. Ich erinnere nicht mehr... Über den... Über den... Das war so lange Zeit. Okay, Powers. Ah... Das ist der Jutsu der Druckwelle. Ja, gut. Interessant. Okay. Ah... Okay, das ist kein Jutsu der... Druckwelle. Hahaha. Okay, das war dumm. Okay. Das ist... Okay. Also... Er ist wirklich ein Pain, Junge. Aber Pain? Er hat sich alle getötet, deshalb... Also... Der Bombe... Ist der Name von der Einglbots? Was ist das? Was ist das? Hier, was... Was ist das? New Bonus Level Unmarked. Next Reward... 30 Sterne... Okay. Ich mach's nachher den Bonus Sterne, weil ich alles fertig finde. Okay. Okay. Gut. Ein Typ hat ein... Gewehr. Das bedeutet, er ist ein Fortnite-Kill. GSHITZUNG! Okay. Oh mein Gott. Nein. Ich muss nachher... Aufpassen... Der... Laserbest... Blaster... Heisst... Ibiade. Kann ich da... Bei ihm sterben? Okay. Ich hab's nicht getroffen. Scheisse... Scheisse... Moment ist das. Der Treffer... Los! Ja, er kann irgendwo sterben. Doch. Ja. Also... Wir wissen... Ist das... Ähm... Die... Andere... Kleidung... Ausgewählt... Gewechselt... Ist das so? Ich glaube... Die waren... Mumien gewesen. Los geht's. Los geht's. Bis euch! Jutsu-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Heine... Lebt noch. Okay. Noch ein Jugiker... Zug estimeln! Los! Das habe ich etwas cần bedançt. Bei... Aber was ist das... Und das ist der schlimmste Ding-Ever. Ich kann einen Einstern bekommen. Nein, ich will nicht mit einem Einstern machen. Zwei Stunden später. Kann ich One-Hit das? Bitte, 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 bitte. Das war Glück, Junge. Oh mein Gott, das war der beste Ding. Die Punkte sind alle gut. Aber nicht genug zu den dritten Sternen. Aber es ist gut. Junge, wie alt ist Scher? Der ist eine... Etwa ein... Er benutzt schon jetzt einen Laser-Blaster. Nein. Nicht der Luke, Junge. Der hat keine Power. Wir haben am Schlafen. Das bedeutet, ich habe nicht gar... Der wird zwei getötet. Der nächste ist der Obi-Wan. Mit dem Kostum Bomben. Ja. Los. Okay, ich habe gesagt, er hat sich überlebt. Aber nein. Aber danke für den Metall. Okay. Du sie tobt. Und Einstern. Na klar. Ich weiß, dass es geht. Na, Spaß. Aber das ist mein Kindheitsspiel. Achso, nein. Das ist das 3D Level. Das ist schwierig. Ich weiß nicht. Hast du nur das? Achso. Wenn ich schisse, dann... Wenn ich werfe, dann... Der schiss auch. Okay. Das machst du. Brrrrrrra. Brrrra. 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 Oh. Der Objekt ist auch rausgefallen. Das ist gut. Danke für die Power. Aber... Gerade der Stern, oder? Yep. Ich habe recht. Okay. Nächste. Hier ist ein Herr Mumien am Vorkieren. Hier ist ein TNT. Und hier sind die Astronauten hier. Ich nehme... Wie heisst... Was sind die... Die Munnen sind... Tönen gleich... Nein. Tönen nicht... Äh... Stimme. Deshalb... Die Astronauten benutzen da... Ah! Bestimmt! Schlafen! Das gefällt mir nicht. Ich zeig mir nicht mehr, wenn ich nicht schlafe. Wenn ich... Schlafe. Okay. Er überlemmert noch. Ah! Warte mal! 300 Titel. Wenn ich es so mache, dann kann ich alle Tüten... Tüten. Aber... Ich habe es fast... Der... Der Typ... Tüten, Junge. Okay. Eins, zwei, drei. Ich habe einfach nur einen getötet... Bei dem Holz, Junge. Eins, zwei, drei. Okay. Jetzt ging es gut. Ja... Jetzt ist Gange, Junge. Is be me right now. Is be me right now. Oh! Warte. 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 Okay. Was ist gerade passiert? Auf wie Fall nicht... Warte. 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 Komm, du Pimmelberge! Und äh... Ich weiss nicht, die zwei... Die schauen einfach... Hä? Ich habe niemals geschaut... Ich habe nicht gesehen, wie lightsaber es aussieht. In Angry Birds. Okay, egal. Es gibt einen Upgrade. Oh, ich habe es vergessen. Letztens kann ich einen lightsaber benutzen. Ich glaube, es ist äh... noch stärker geworden. Aber... Warte... Kann ich mir... zerstören? Oh, hart! Krass! Sehr krass. Okay. Ich mache nachher... Und dann... Das war dumm. Ah, du bist am Schlafen? Das gefällt mir nicht auch. Du wirst nachher sterben. Oh, er ist alt. Okay. Haha! Okay, er ist auf den Himmel gegangen. Nein, er ist auf den Öl. Deshalb war er böse. Und kann nichts. Wo ist der? Okay. Mach mit. Wir können nicht wissen, wie wir... Ah! Okay, das ist der letzte Devil. Okay. Er muss sich knapp beenden. Okay. Okay. Dieses Knie-Nini-Baby-Seer. Oh, eine ist am Schlafen unter dem Schissen. Wie macht das logisch? Wenn du... Du schläfst? Okay. Pass auf! Was ist der einzige Schloss? Der Schloss ist am Laden! Scheiße! Okay. Uuuuuhhhhhhhh! Nein! Ich schaffe nicht. Ha ha! Ah! Kann ich plötzlich das? Vielleicht eigentlich. Gut, 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 gut. Okay. Prof! Kann ich alle tüten? Well, okay. Das war einfacher als mein Lover. Danke für den Punkt. Du bist sehr freundlich. Und ich habe 3 Sterne. Okay, wir beenden das Video. Okay, weisst du, ich mache zuerst dieses Video. Oh, Peppa Pig. Boom. 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 Das gefällt nicht. Er ist schon am Schlafen. Boom. Boom. Oh, ich werde das schissen. Okay. Okay, das war mein neues Video auf dem Gameplay von Angry Birds. 1, 2, wenn ihr wollt... Und dann BOOM! Und er steht. Und wenn ihr wollt, ich trage mehr auf diese Angry Birds. Und wenn ihr wollt... Warte, ich bin so dumm zu sprechen. Okay, wenn ihr wollt, ich trage noch mehr die Videos von Angry Birds Star Wars. Wenn ihr... Wenn... Kommentiert dieses Video, muss ich das weit weitermachen. Das ist mega gut. Das Game ist... ...no Stalic. Oh mein Gott. Belegt auf der Gabel da. Vielleicht ist das Herr Mumie, oder? Ja. Sogar. Aber das ist unser... Letzte Level. 3 Cutskins. Und das ist der nächste Cutskin da. Cutskin... Cutskin, okay. Alles klar. Und... Bleibt euch gesund. Und vergesst nicht, abonniert dieses Video. Und drückt den kleinen Ton. Und ich sehe euch in den nächsten Videos. Gute Nacht!